Wann sind Sie zum ersten Mal mit der sogenannten klassischen Musik konfrontiert worden? Waren Sie vielleicht als Kind im Konzert und haben damals weniger zugehört als die Sessel reingezählt und überlegt, wie viele Menschen wohl in dem Saal Platz haben und warum die alle so still sitzen und ernst schauen? Immer mehr Orchester und Musikveranstalter bieten Möglichkeiten an, wie Kinder und Jugendliche ohne Schwellenangst lernen, Musik bewusst zu erleben. Barbara Pichler-Hausegger berichtet über die verschiedenen Vermittlungsprogramme, die sich an junge Ohren richten. Musik entsteht durch schwingende Saiten, schwingende Luftsäulen, schwingende Membrane. Und Musik bringt in uns Saiten zum Schwingen. Sie ist das sublimste Mittel, unsere geistigen Fähigkeiten in einer allgemeingültigen, abstrakten Weise auszubilden und lässt uns zunehmend wacher, intelligenter und feinfühliger werden, war der Komponist Karl-Heinz Stockhausen überzeugt. Wir müssen die Musik aus dem Elfenbeinturm wegnehmen. Das ist eigentlich für mich die Hauptidee, der Hauptgrund. Mit dem Projekt Password Classic setzen die Wiener Philharmoniker schon jetzt in den Schulen an. AHS-Schülerinnen und Schüler haben sich im Musikunterricht mit Werken von Pierre Boulez vertraut gemacht. In einführenden Veranstaltungen erklären sie dem Publikum die Stücke, die im anschließenden Konzert zu hören sein werden. Lernende werden so selbst zu Vermittlern. Jetzt kommen noch die Solo-Cantilene des Cellos in Ellipsen dargestellt und die Pizzicati der Streicher in hellen, weißen Formen. Außerdem kommt noch etwas Besonderes hinzu. Wir haben es dargestellt mit bunten Blöcken. Es klingt so wie Nebelhörner aus der Ferne, aber es sind Elektronikklänge. Ich habe meinen Horizont erweitert, kenne etwas Neues, hatte keine Ahnung von Pierre Boulez davor. Ich weiß jetzt auch, wo diese ganzen Strömungen der Filmmusik herkommen. Das ist ja auch interessant, dass das sehr viel darauf zurückzuführen ist. Früher war es überhaupt nicht so klassische Musik, es ist weit weg von mir. Jetzt ist es schon näher und ich überlege halt schon auch, vom Popularen wegzugehen und neue Sachen zu probieren. Das ist ja auch nicht so klassische Musik, es ist weit weg von mir. Das ist ja auch nicht so klassische Musik. Vielen Dank.